Das bin ich, Clint. Und das ist meine Freundin Mia. Naja, Ex-Freundin. Ihr fragt euch sicher, wie es dazu gekommen ist. Solange ich denken kann, gab es für mich nur einen fundamentalen Bestandteil im Leben. Richtig, die Zigarette. Wir waren unzertrennlich und erlebten die verrücktesten Dinge zusammen. Bis eines Tages etwas mein Leben völlig durcheinander machte. Es war Liebe auf den ersten Blick. Von da an gab es für mich zwei Dinge in meinem Leben. Und selbst meine Eltern mochten sie. Es lief super, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass sie etwas an mir störte. Es gibt da was, was mich an dir stört. Wusstest ich's doch. Ist es Frank? Nein, es ist nicht Frank. Ist es mein Mitbewohner? Ich mag Kyle. Oder es ist meine polnische Putzel-Vermarkter. Nein, es sind die hier. Let's get ready to rumble! Entweder ich oder die. Das schaffe ich. Hallo, hier ist Mia. Nachrichten bitte nach dem Piepser. Ach ja, und wenn du's bist, Clint, falls du immer noch rauchst, kannst du gleich wieder auflegen. Hey, ich bin's. Ich wollte nur sagen, ich hab aufgehört mit dem Rauchen. Ich genoss mein Nichtraucher-Dasein in vollen Zügen. Bis plötzlich mein Verstand mir üble Streiche spielte.